Bin da, wer noch? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Johnny's World, hier heute wieder aus dem KlemmbaustandTV-Studio. Diesmal mit Teil 2 des Foreign Sets FC6203, dem Triceratops aus den Eradino-Serie. Ich hatte euch ja im ersten Teil schon gezeigt, dass es da noch mehrere von geben wird. Da gibt es noch einen Tyrannosaurus, es gibt noch einen Dilophosaurus, es gibt noch einen Indominus Rex, außerdem gibt es noch einen Pterodactyl und einen Langhals. Ich weiß jetzt gar nicht genau, welcher das ist. Der Langhals ist noch ganz neu, die anderen sind schon verfügbar, ihr müsst da mal ein bisschen schauen. Die Preise sind momentan bei AliExpress recht günstig, wenn ihr die haben wollt, könnt ihr da zuschlagen. Im Laufe des Jahres werden die auch in Deutschland bei verschiedenen Händlern eintrudeln. Da kosten sie dann naturgemäß ein paar Taler mehr, weil sie dann in Verpackung sind, weil dann alle Steuern und alle Abgaben mit drauf bezahlt sind. Ja, soweit sind wir hier im ersten Videoteil gekommen. Wir haben die Hälfte der Bauanleitung durch, sind also ziemlich genau auf Bergfest mit den ersten vier von acht Bautüten. Und werden jetzt hier zu Tüte 5 kommen. Das sind hier diese Teile, die wir hier drin haben und damit werden wir ganz unspektakulär genau das nochmal bauen, was wir hier auch in Tüte 4 gebaut haben. Nämlich hier eine weitere Dino-Bolle. Ja, mir hat ein Zuschauer hier geschrieben, Dinos würden so nach Hühnchen schmecken, wie Fisch nach Lachs oder Lachs nach Fisch. So rum, also schmeckt ein bisschen anders, will er da wohl mit zum Ausdruck bringen. Wobei ich jetzt wirklich mal Interesse daran hätte, wie so ein Dino schmeckt. Vielleicht wird es ja irgendwann mal so weit sein, dass es da mal Möglichkeiten gibt, die quasi nachzuzüchten. Jurassic Park mäßig und so. Apropos, wer von euch guckt denn hier die Animationsserie von Jurassic Park? Camp Cretaceous, glaube ich, heißt die. Also ich bin gerade so Mitte, dritte Staffel und ich muss sagen, gefällt mir sehr gut. Das gefällt mir übrigens auch sehr gut. Es macht eine Menge Spaß zu bauen. Die Qualität der Steine ist von der Klemmkraft wirklich gut. Allerdings sehen sie alle so ein bisschen aus, als hätten die schon ein paar Runden in der Spielkiste hinter sich. Und auch das Finish der Steine ist jetzt halt nicht immer High Class. Aber dafür halten sie gut und das finde ich eigentlich noch viel wichtiger, als dass sie wirklich top aussehen und der Preis entschädigt dafür und der Bauspaß ist ein großer. Ja, ich würde sagen, ihr habt jetzt erstmal genug geschnackt, werde jetzt hier das vierte Bein bauen. Und dann geht es halt an die wichtigen Teile, nämlich an den Kopf und hinten den Schwanz. Und dann haben wir das schon fast fertig. So, hier nochmal aus nächster Nähe das, was wir bisher haben. Das Ganze in Grau könnte auch super als 8080 Vorläufer herhalten. So soll er hinterher aussehen. Ist halt mal ein bisschen was Größeres. Bisher hatten wir ja immer so Dinos, ich sag mal so in dieser Größe von irgendwelchen Herstellern. Und Lego hat ja mit dem T-Rex Rampage das erste Mal, ich sag mal, einen Dino, einen gebauten Dino in einer vernünftigen Größe hier, in Vitrinengröße hier an Start gebracht. Und Forange hat jetzt hier, also ich hatte ja nachgefragt, ihr habt alle gemeint, ich soll es Englisch aussprechen. Forange dürfte passen. Hat ja jetzt hier endlich mal diese Serie rausgebracht. Ich zeige es euch hier nochmal hinten drauf, die hier drauf sind. Da haben wir hier den T-Rex, der allerdings echt scheiße nah an dem T-Rex Rampage von Lego dran ist. Dann haben wir hier den Dilophosaurus, den Triceratops und dann hier den Indominus Rex. Ja und dann gibt es halt wie schon gesagt noch einen Flugsaurier, den blende ich euch jetzt mal gerade eben hier ein. Und auch noch einen Langhals, ja. Die werden wohl nach und nach auch eintrudeln. Hier haben wir das jetzt, was wir an Teilen in Tüte 5 hatten, mit dem wir einfach das hier nochmal bauen. Nee, halt die Seite hier, was wir eben schon hatten. Und das sind die restlichen drei Tüten dann, um das ganze Stück hübsch zu kriegen. Hier das grüne, was wir hier noch liegen haben, das ist ein Soundbrick. Der soll hinterher dafür sorgen, dass unser Dino brüllen kann oder fauchen oder schreien oder was auch immer. Ich bin mal gespannt, was für Geräusche das Ding von sich gibt. Aber das heben wir uns bis zum Schluss auf. Außerdem haben wir hier so einen kleinen, ich sag mal, normalen Dino bei, wie wir sie halt aus Spielsets kennen. Ja, zum Beispiel hier bei diesem Spielset gibt es das auch. Oder diesen hatten wir mal als Einzelset oder es gibt die ja auch von Jurassic Park, von Lego. Hier in diesem Fall ist der quasi als Ausstellungsstück dabei. Man hat hier immer nochmal so ein museales kleines Display, wie man das sonst von UCS-Sets von Lego oder von anderen Anbietern auch kennt. Und das ist hier auch so gemacht. Man könnte also sagen, das hier sind UCS-Dinos. Manchmal verkanten sich ja Steine ein bisschen doof, wenn die so zusammen in der Tüte sind. Und bei dem hier hat es sich wirklich richtig blöd verkantet. Das ist hier dieser Pyramidenstein. Dieser Einer. Und der ist da so reingerutscht, den kriege ich hier wirklich nur mit einer ganz spitzen Sache wieder raus. Mit irgendwelchen Steinteilen geht es nicht. Auch rausschütteln geht nicht. Das ist mal eine wirklich blöde Geschichte. Da braucht man wirklich externes Werkzeug, um das rauszukriegen. So, da hat unser Triceratops, momentan ist es ja noch ein Noceratops, seine Hinterläufe fertig. I like big butts and I cannot lie. So, da kommt in der Kopf an. Hier kommt der Schwanz dran und den bauen wir jetzt als nächstes. Hm, Schwanz. Wie ist denn das bei Dinos? Ich meine, bei Hunden sagt man Rute, bei Pferden Schweif. Was sagt man denn bei Dino dazu? Gibt es da irgendwie eine Bezeichnung für oder ist das einfach der Schwanz? Also, mal so die Frage an die Paläontologen hier unter unseren Zuschauern. Paläontologen. Dino-Experten. So, da haben wir hier auch den Bauabschnitt fertig und haben hier ein mächtig großes verlängertes Rückgrat gebaut. Es ist in sich ein bisschen beweglich. In den Bereichen nicht auf und ab, nur in den letzten beiden Gliedbereichen hier. Da ist es dann auch nochmal so beweglich. Aber man kann ihn halt hier so ein bisschen hin und her, je nachdem wie man ihn dann positionieren will. Der ist recht stabil gebaut. Im Gegensatz, wie ich leider mit leider feststellen musste, hier zu den Hinterläufen. Man sieht das hier. Da bildet sich hier so eine Lücke. Hier auch. Das kommt auch daher, weil im Endeffekt der untere Bereich, also der Unterschenkel, nur mit diesem hier und dann hier oben auf zwei Noppen nochmal festgemacht ist. Das ist wirklich richtig, richtig fragil. Also, damit ist das Ding auch nicht Kindergareignet. Das ist wirklich bauen und vorsichtig irgendwo ins Regal stellen, nachdem man es positioniert hat. Das ist sehr fragil. Das hätte man ein bisschen stabiler lösen können. Und man sieht halt hier, dass die Passgenauigkeit der Steine untereinander, ja, wahrscheinlich ist da wieder irgendwo ein Gussding, wie das auch hier bei diesen einen Slopes war. Dass da was im Weg ist. Ich habe da jetzt aber nicht genauer geguckt. Aber die sind mir gerade eben ein paar Mal auseinandergefallen, auch immer wieder beim Auseinanderbauen. Die muss ich jetzt erstmal mal ausrichten hier, dass das auch passt. Dass wir eben hier seinen Fliegenverscheucher hier hinten dran bauen können. Na. Gar nicht so einfach. Hm, hm. Die Bauanleitung sagt da jetzt auch nichts irgendwie Erhellendes zu. Also, da muss man sich wirklich durchquälen und gucken, dass man sie wie reinkriegt. Hm. Ja, ich mache es mal gerade, ohne immer durch den Sucherkruz zu müssen. So, da ist er endlich dran. Schwere Geburt, aber im Endeffekt passt es. Das Problem war, dass man den ja hier so ein bisschen hoch und runter machen kann. Und dadurch, dass der da in sich verstellbar ist, sind die Pinne immer wieder weggeknickt, wenn man versucht hat, den da rein zu stecken. Oh Mann, hier muss man wirklich umschiffen. Also, Löcher, Schwanz etc. pp. Also, jedenfalls war es nicht ganz einfach, das dann mehr dran zu kriegen. Ach, ich muss unbedingt mal erwachsen werden. So, und jetzt haben wir hier die Sachen aus der Bauabschnittstüte 7. Das waren insgesamt vier Tüten plus ein paar Einzelteile in der großen Tüte. Und damit bauen wir jetzt hier diesen Kopf und damit könnt ihr dann die Dinos nachspielen. Dann könnt ihr euch dann da hinsetzen und könnt ihr dann rufen, SINCLAIR! Oh, wie hieß er denn nochmal, der Triceratops? Ich komme auf den Namen gerade nicht. Schreibt es mal unten in die Kommentare. Ja, hier, der Kopf sieht jetzt gerade aus, als wenn wir einen Adler oder so etwas bauen würden. Und der macht richtig Spaß zu bauen. Also, der ist schön, interessante Bautechniken, schön aufeinander abgestimmt. Ich finde auch wirklich, wie sie hier die Formen dann daraus arbeiten, das ist richtig, richtig cool. Das macht richtig Spaß. Ja, steine Qualität, wie ich schon gesagt habe, wenn man hier jetzt sieht. So 100% Passform ist nicht da, aber es hält. Und es macht halt Spaß. Und hier seht ihr auch hier, die Zweier-Käse-Ecken sind total verkratzt. Ja. Aber es macht halt einen Riesenspaß zu bauen. Und das Ding, das sieht ja richtig geil aus, wenn der fertig ist. Ein siebter Bauabschnitt ist auch fertig. Und unser Dino sieht jetzt hier momentan schon mal aus wie so ein prähistorischer Hellboy. Die Augen sind bedruckt. Es sind keine Aufkleber hierbei, es sind alles Drucke. Und es sind noch ein paar mehr Drucke da.